Felix Lovre, FAQs, Fax. Folge 1. Was ist das Nervigste an Felix? Das Nervigste an Felix, da gibt's vieles. Ähm ... Das Nervigste an Felix. Seine Ungeduld. Ich hab's noch nicht verstanden. Seine Konzentrationsspanne. Ich scheiß mit euren Arsch, ey. Ich muss echt überlegen, Alter. Ich hab ihn gar nicht so krass nervig erlebt. Ähm ... Dass er, glaub ich, nicht so gut, wie er denkt, überspielt, wenn ihn was nicht interessiert. Man muss wirklich sehr direkt mit ihm reden, dass er halt zuhört. An Felix ist gar nicht so viel nervig. Ich nehm den so, wie er ist. Was aber mich schon manchmal nervt ist, weil ich komm aus dem Rheinland mittlerweile zugezogen, aber ich bin da sehr sozialisiert. Ich bin ein Körpertyp. Ich drück den. Ich will den kuscheln. Ich will den ... Manchmal denk ich, ich bin ja einfach so ... Junge! Und er ist so wie ein mürrischer Daunenjacken-Mensch. Hi. Hau rein bis morgen. Es gibt bei Felix so eine ganz klassische Abfolge an Jas. Ja. Wenn die in einer gewissen Taktung, Geschwindigkeit, Tonalität rauskommt, dann weißt du schon, okay, ich kann jetzt eigentlich mich kurz fassen, weil er würde schon gerne zum nächsten Thema übergehen. Ich glaub manchmal ... Nervig ist natürlich auch sehr hart, aber das nervig ist so ein bisschen seine Ungeduld praktisch. Also manchmal ist es gut, weil er sehr schnell, sehr entschieden auch weiß was praktisch. Als Comedian hast du so ein Zeitfenster, in dem du weißt, dass es jetzt gut ist. Ach, also ... Also ich wünschte mir manchmal, der ist so körperlicher, liebenswürdiger und nicht so launisch. Weil es kann manchmal mit Felix sein, wir sehen uns zwei, drei Monate nicht und dann grüßt er einen wirklich so, als hätte man sich vor zehn Minuten gerade beim Rauchen unten im Hof gesehen oder so. Thomas! Hör auf! Na, Mauser, wer? Ja, Felix hat so eine Eigenschaft, dass er relativ schnell manchmal dazu neigt, so gefühlt alles über den Haufen zu werfen. Schöne mal kurz, ne? Wenn er sowieso gestresst ist und dann passt das nicht und dann passt das nicht, ja, das ist doch alles scheiße. Komm mal raus! Wo man eigentlich so denkt, warte mal ganz kurz, ganz kurz, war das viel lang, das als wäre mein Kopfhörerkabel. War doch gar nicht so krass verheddert. So, aber so, Felix sieht ja manchmal diese verhedderten Kopfhörer jetzt metaphorisch gesprochen und denkt, oh, nee, komm, ich kauf mir neue. So, scheiß drauf, nee, ist alles Quatsch. Wenn man mit Felix unterwegs ist, macht er gerne mal ein Polnischen. Ich würd sogar sagen, immer. Immer ist Felix einfach so, man ist so voll im Geschehen. Er war noch so voll dabei und auf einmal ist so, wo ist Felix. Ja, Felix ist weg. Was mich so ein bisschen an Felix nervt, ist, dass er Kippen dreht. Und diese Kippen die ganze Zeit ausgehen. So, Bro, bitte. Du verdienst genug Geld. Kauf dir mal richtige Schachtel Zigaretten. Steck dir geile Fluppen an, die auch durchbrennen und nicht die ganze Zeit diese Kippen, wo du alle zwei Minuten mit dem Feuerzeug rangehen musst. Wie, als willst du kiffen? Du argumentierst gerade von so einem E-Zigaretten-Leuten, ey. Und dass er sieben Espressos am Tag trinken muss. Was viele nicht wissen, was sehr nervt bei ihm. Da kann er, glaube ich, gar nichts für. Aber wenn man ihm irgendwas erklärt oder vorschlagen will, irgendeine Idee, dann hört er sich die nicht so an, sondern er sagt wirklich nach jedem fucking Satz, mhm, 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 mhm. Wie so ein Hund an einer kurzen Leine, so wirklich so, mhm, mhm, es wird ja gleich wie so ein ICE so losfahren. Hör auf damit, Alter! Ey, lass ihn doch! All you can.stream All you can stream All you can stream